Am ersten Schultag sah Minzi zum Fürchten aus. Auf dem Rücken der grässliche Rucksack, in den Armen der grässliche Drachenzahn und als sie mit Mama und Papa durchs Schultor ging, schnitt sie die grässlichsten Grimassen. Aber es nützte leider gar nichts. Alle lächelten nur und zeigten mit dem Finger auf sie und flüsterten. Seht mal, die Kleine, ist die nicht niedlich? Wenn Minzi es hörte, streckte sie zusätzlich zu den grässlichen Grimassen noch die Zunge raus. Aber das fanden alle nur noch niedlicher. Es war zum Haare raufen. Und Minzi schwor sich, wenn erst der Unterricht losginge, würden sich alle noch wundern. In der ersten Stunde war aber noch gar kein Unterricht. Da durften die Monstereltern ihre Kleinen ins Klassenzimmer bringen. Dort wurden sie alle von der Klassenlehrerin begrüßt. Und nach der Begrüßung sollten die Eltern wieder gehen und die Jacken der Kleinen mitnehmen und draußen im Flur an die Kleiderhaken hängen. Aber manche Eltern wollten nicht und fluchten, dass sie sich von einer dummen Pute nichts vorschreiben ließen. Mit der dummen Pute meinten sie die Lehrerin, obwohl sie in Wirklichkeit Frau Donnerkeil hieß. Aber Frau Donnerkeil ließ sich nichts gefallen. Sie war die strengste Lehrerin der ganzen Monsterschule und es hieß, es hätte sie noch nie jemand lachen sehen. Noch nicht mal lächeln. Raus, ihr Knalltüten, donnerte sie. Ich zähle bis drei, dann gibt's Hausaufgaben. Eins. Jetzt ging es plötzlich ganz fix, vor allem bei den Papas. Und an der Tür gab es ein wüstes Gerangel. Aus dem Weg, Sie Töffel, schrie ein Papa. Töffel? Haben Sie Töffel gesagt, Sie Flegel, schrie ein anderer zurück. Ich geb Ihnen gleich Flegel, schrie wieder der Erste. Zwei, sagte Frau Donnerkeil. Da gaben die Monsterpapas Ruhe und genau als Frau Donnerkeil drei, sagte, knallte der Letzte von ihnen die Tür zu. So, sagte Frau Donnerkeil. Und jetzt zu euch, ihr kleinen Pappnasen. So fies fing Minzis erste Schulstunde an. Und sie fand es toll. Genau so hatte sie es sich in der Monsterschule vorgestellt. Die kleinen Monster saßen in zwei Reihen an ihren Tischen und Frau Donnerkeil lehnte vorne am Lehrertisch und guckte streng. Sie wartete, bis keiner mehr einen Mucks machte. Nicht mal der gemeine Ole. Der ging nämlich auch in Minzis Klasse. Genau wie Peter, der schon im Kindergarten Oles bester Freund gewesen war. So, sagte Frau Donnerkeil. Da, wo ihr gerade sitzt, bleibt ihr erst mal sitzen. Und jetzt stellt euch den anderen vor. Die linke Reihe fängt an.